Heute sprechen wir mit Nadine Winzer von der Hanse-Merkur-Versicherung über die wichtigsten Versicherungen bei Beamten in der Ausbildung. Das alles beim Business Talk am Kudamm. Beamte haben andere Bedürfnisse als Angestellte, wenn es um das Thema Versicherung und natürlich auch die Auswahl der richtigen Versicherung angeht. Das heißt, wo liegen die großen Unterschiede? Darf ich fragen, Ihre Mutter, ist sie Angestellte gewesen? Teilweise ja. Teilweise ja. Dann kennen Sie ja bestimmt aus Ihrer Kindheit, dass Sie ganz klassisch gesetzlich versichert waren. Ihre Mutter wird sich da nie groß Gedanken gemacht haben, was die richtige Krankenversicherung betroffen hat. Gehe ich von aus. So bei den Beamten ist das anders. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie gehen in die Beamtenlaufbahn rein. Das Versorgungssystem der Beamte ist sehr unterschiedlich. Zum einen vom Bundesland zu Bundesland und vom Dienstherrn abhängig. Es gibt ja den Bund, das ist ein Dienstherr, der ist ja bundesweit. Dann gibt es die verschiedenen Bundesländer, wo auch die verschiedenen Dienstherrn andere Verordnungen haben. Wenn wir jetzt das Beispiel der Beamten Polizisten in Brandenburg nehmen, im Verhältnis zu den Beamten Polizisten Berlin, ja, dann haben zum Beispiel die Beamten der Polizei in Brandenburg die Versorgungsansprüche, die nennen sich freie Heilfürsorge. Da bekommen die zu 100 Prozent ihre Arztrechnungen über ihren Dienstherrn bezahlt. Allerdings aber nur auf dem Niveau ähnlich wie der Absicherung der gesetzlichen Kasse über ihre Mutter damals. So, was Sie noch versichern müssen, ist die Pflegepflicht. Und jetzt kommt das große Aber. Wenn dieser Polizist später in die Pension geht, dann kippt das Modell und Sie werden umübergeführt in die Beihilfe. Das bedeutet, Sie kriegen dann nur noch 70 Prozent über ihren Dienstherrn bezahlt und müssen 30 Prozent selber absichern. So, was passiert aber, wenn dieser Polizist im Laufe seiner Karriere krank wird und hat da an dieser Stelle nicht schon frühzeitig vorgesorgt. Im schlechtesten Fall fehlen ihm nachher 30 Prozent Absicherung. Und jetzt sind wir wieder bei der Versicherungspflicht in Deutschland. Er ist ja verpflichtet, sich zu 100 Prozent zu versichern. Also wird es im Zweifelfall teurer. Da beginnt im Prinzip schon mein Beratungsansatz, dass wir frühzeitig erkennen, welche Bedürfnisse über die komplette Laufbahn braucht er und was muss er mindestens absichern, um wirklich, bis er irgendwann mal, ich sage es jetzt mal salopp, verstirbt, auch wirklich gut abgesichert ist. Der Polizist in Berlin hat das Problem nicht. Der sichert 50 Prozent ab und da wird nur noch angepasst, je nach Familiensituation steigen seine Ansprüche der Beteiligung über den Dienstherrn mal auf 70 Prozent und dann muss er nur noch 30 Prozent absichern und am Anfang in der Urlaubbahn ist es halt 50 Prozent. Also das heißt, die unterschiedlichen Bundesländer haben ja auch nochmal unterschiedliche Regelungen. Damit kennen Sie sich aus. Fakt ist, frühzeitig muss man anfangen, also jeder und auch natürlich Beamte sich zu versichern. Das heißt, frühzeitig als Berufseinsteiger. Und auch dafür sind Sie da, eben als Berufseinsteiger zu schauen, welche Versicherung benötigen denn Beamte, die in der Ausbildung sind. Da sind wir ja jetzt wieder bei dem Punkt Absicherung der Beamten. Ist ähnlich wie zu Ihrer ersten Frage, aber das ist noch ein bisschen weiterführend. Man sollte sich gleich am Anfang auch mit dem Thema Dienst- und Fähigkeitsversicherung beschäftigen. Denn die Beamten oder die Beamtenanwärter, wir nennen sie jetzt mal Beamtenanwärter, das sind die Beamten auf Widerruf. Die Ausbildung geht im Schnitt drei Jahre. Danach sind sie nochmals zwei Jahre Beamte auf Probe, macht zusammen fünf Jahre. Und in den ersten fünf Jahren haben Sie keine Ansprüche über Ihren Dienstherrn, wenn Sie dienstunfähig wären. Also das bedeutet, Ihren Dienst nicht mehr ausüben können. Was passiert da mit unserem jungen Anwärter? Er wird im Prinzip aus der Laufbahn entlassen, weil er ist ja nicht auf Lebenszeitbeamter, sondern erst auf Widerruf, dann auf Probe und dann wird er wieder entlassen aus dem Dienst und gegebenenfalls hat er dann ein paar Einkommensprobleme. Und dafür soll er gleich am Anfang mit vorsorgen. Unabhängig auch davon noch, dass umso jünger man sich absichert, natürlich auch es eine finanzielle Sache ist, dass es dann auch günstiger ist. Ja. Welche Versicherungslösungen bieten Sie an, sozusagen was über die sogenannte Basisversicherung hinausgeht? Also Basisversicherung müsste man ja erstmal definieren. Basisversicherung ist natürlich Gesundheit, dann Einkommen und das bisschen Vermögen, was sich jeder schon aufgebaut hat, über eine Haftpflicht. Die Diensthaftpflicht ist jetzt so eine Empfehlung an jenen Beamtenanwärter. Viele gehen ja in irgendwelche Gewerkschaften. Bevor Sie sich von Ihrem Versicherungsvertreter jetzt nochmal eine Diensthaftpflicht verkaufen lassen, gucken Sie doch mal, was schon in Ihrer Gewerkschaft mit abgesichert ist. Weil meistens ist es da als Bonus oder als Goodie schon automatisch mit drin. Jetzt haben wir erstmal die Basisabsicherung. So, das ist wichtig. Und dann ist es die individuelle Lebenssituation. Hat man sich ein Eigenheim gekauft? Hat man das finanziert? Sollte man vielleicht gucken, dass man da eine Risiko-Lebensversicherung mit absichert, damit man für die Familie vorsorgt im Todesfall? Oder ist man in gefährdeten Berufen ausgesetzt, dass eine Unfallversicherung nochmal wichtig ist? Oder man macht gewisse Hobbys? Das sind so Sachen, das muss man wirklich individuell besprechen. Das kann man jetzt nicht pauschal sagen. Okay. Worin unterscheiden sich die Anforderungen für den Beamten, der gerade noch in der Ausbildung ist und zu denen, die die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben? Erstmal steigt das Einkommen ja bei den Beamten, die dann die Ausbildung abgeschlossen haben. Und im Prinzip in dem Moment, wo sie Einkommenssprünge haben, ist ja auch die Lücke im Fall von Dienstunfähigkeit deutlich höher. Also spätestens da sollte man diesen Versicherungsschutz nochmal überprüfen. Die Krankenversicherung würde ich auch von den Leistungen nochmal angucken. Das empfehle ich jetzt einfach mal, wenn die Kunden auf die Schnelle was abgeschlossen haben. Machen wir uns es vor, ist ja, so ein kleiner Anwärter verdient ja, sage ich mal, im Schnitt 1.000 Euro oder 1.300. Ich will es jetzt nicht so genau nennen. Also gucken sie meistens gar nicht mal auf die Leistungen, sondern eher erstmal auf den Beitrag. Sie verdienen wenig Geld, haben ihre eigene Wohnung, mussten vielleicht in ein anderes Bundesland ziehen und so weiter, sind zu Hause ausgezogen. Gucken sie auf den Beitrag, schließen erstmal auf die Schnelle irgendwas ab. Aber spätestens nach der Ausbildung sollten sie sich nochmal mit ihrem Versicherungsschutz beschäftigen. Ob das dann der in Brandenburg ist, ob er dann für die Zukunft plant, weil er dann einfach mehr Kapital oder mehr Geld zur Verfügung hat. Oder ob es derjenige in der Beihilfe ist, um dann nochmal zu sagen, aber jetzt achte ich nochmal auf meine Gesundheit und auf meine Absicherung. Sie haben ja gerade gesagt, es gibt ja doch den einen oder anderen, der eben schnell mal was abschließt. Und dieses schnelle Abschließen passiert ja dann doch öfter mal über das Internet. Was können Sie leisten in der Beratung, was jetzt ein Tarifrechner, was das Internet nicht leisten kann? Haben Sie sich schon mal mit Tarifrechner beschäftigt? Ein bisschen. Okay, in welchem Bereich? War auch Risikolebensversicherung. Genau, da gucken Sie doch erstmal, meine Versicherungssumme, welcher Beitrag. Wie viele Informationen haben Sie noch? Man kann, glaube ich, noch ein bisschen gucken, auch Thema Hobbys. Also je nachdem, was man eben macht, wird es ja dann, also wenn es gefährlich ist, wird es teurer. Ich glaube, die Laufzeit ist auch mit dabei. Ja. Aber welche Anforderungen die Versicherung braucht, bei welcher Versicherungssumme, wie das mit Gesundheitsfragen ist, wann leisten die denn wirklich? Das ist ja so individuell und das ist natürlich in jedem Bereich, so bei Kfz ist auch so ein Klassiker, Check 24, schließe ich mal schnell 150 Euro Jahresbeitrag ab, ist ja billig. Und dann kommt das große Erwachen, wenn die dann auf einmal sagen, ja, sie durften gar nicht zu ihrer Werkstatt, ihrer Wahl fahren, sondern sie hätten zu unserer Vertragswerkstatt gemusst. Und so ist es halt im Bereich der Krankenversicherung im Bereich der Dienstunfähigkeit überall genauso. Ja. Dann schließt man halt schnell ab, weil jetzt immer bei den Leistungstexten. Also es gibt ja wirklich eine schöne Formulierung. Ja. Ich nehme jetzt mal ein Passus raus, wo ich mich wirklich erschrecke, weil es bei sehr vielen renommierenden Beamten-Krankenversicherungen drinsteht. Wenn sie geunfähig sind, sagen wir mal aufgrund von einem gebrochenen Bein oder weil sie zu einer Chemotherapie müssen, ja, dann brauchen sie ja Transportkosten, um sie zum Arzt zu fahren und zurück gegebenenfalls. Und dann steht in diesen Bedingungen drin, wird übernommen, aber grundsätzlich bis zum nächstgelegenen, zur Behandlung geeigneten Arzt. Und ganz ehrlich, wenn ich krank bin, möchte ich selber entscheiden, welcher Arzt mich anfasst. Und da möchte ich auch die Transportkosten einbezahlt kriegen. Und so, weil der 5 Euro kostet und nicht 50. Und darauf muss man achten. Und das sehen Sie in keinem Tarifrechner der Welt. Ja, also Sie hatten gerade eben schon Tarifrechner, beispielsweise Check24, gibt natürlich Verdi, gibt auch noch andere, müssen wir der Fairness einfach sagen. Wie schwierig ist es denn für Berufseinsteiger eben genau? Sie hatten es eben schon so ein bisschen gesagt, eben sich einen Überblick über diese ganzen verschiedenen Tarife und alles, was da noch dranhängt, einen Überblick zu verschaffen. Ehrlich? Unmöglich. Ich habe viele Jahre gebraucht, um selber das für mich zu machen. Es ist, wie soll das dann ein Berufsstarter machen? Jetzt, die sind 17, die sind 18, manchmal 16. Dann versuchen es die Eltern, was ja toll ist, würde ich bei meinem Sohn auch machen. Ich sehe auch immer bei meiner Beratung so ein bisschen den Blick auch als Mutter. Und das ist echt schlimm. Es ist schwierig, da durchzugehen, weil man hat ja auch Freunde und Bekannte, die ja da erzählen, da war der Versicherungsvertreter da. Ja, zahlen wir alles, zahlen wir, zahlen wir alles. Ja. Und dann ist der Krankheitsfall da und dann ist das, kommt man ja auch nicht mehr raus. Dann kann man ja nicht mal mehr wechseln. Es ist eigentlich nicht machbar. Man kann es gar nicht vergleichen. Man kann es nur vergleichen, wenn man jemanden hat, der sich mit den Texten beschäftigt, das markiert, ja, ihm zuschickt. Weil dann kann man es lesen. Und ich bin ein Fan davon, nur 100 Prozent Leistung zu sagen. Und das steht ja in diesen, also ich sage mal, oberflächliche Angebote. Weil es gibt ja erstmal die Angebote, da steht ja drin, wird bezahlt, wird bezahlt, wird bezahlt. Aber das Kleingedruckte, das liest sich doch keiner durch. Und das machen wir und dafür sind wir halt auch da. Und wenn sich da niemand entscheidet, entscheidet sich mit guten Herzen für welche Gesellschaft auch immer. Und wenn es nicht die Gesellschaft ist, die ich vielleicht empfehlen würde, muss er aber damit auch gut leben. Weil er kann nie überhaupten, es wurde ihm nie gesagt. Und das ist wichtig. Guter Punkt. Vielen Dank. Gerne.